Es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. So, mit wem spreche? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Führer? Der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat. Jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kürat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Paz-Situation zwischen Amita und Sabal auflösen. Bleib bei uns und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es gab nur eine Möglichkeit! Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Bürger von Kürat, wen feiert ihr an? Die mächtigen Elefanten oder die wilden Tiger? Oder seid ihr etwa für die Terroristen? Hm. You won't wanna be. Als ich hier war, kam ich als gesunder Mann und ging hinaus. Als das. Aber du, du kommst als König daraus. Tu das, wofür du gekommen bist. Du kommst. Du kommst. Du kommst. Du kommst.